Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Teil von meinem Gold-Teilgebuch präsentieren. Wir wollen wieder gucken, was ich in der vergangenen Woche so investiert habe, beziehungsweise was dann daraus an Gold erwachsen ist. Und ich war wieder mehr oder minder fleißig, habe wieder ein bisschen was ins Auktionshaus gesetzt und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Beziehungsweise bevor wir das im Postkasten tun, schauen wir mal an, wie es die letzten Wochen lief und wo wir da stehen geblieben sind mit dem Gold. Wir waren letzte Woche stehen geblieben bei 41 Millionen Gold, hatten einen Plus von knappen 2 Millionen Gold. Und ich habe mir jetzt schon rausgerechnet, was ich im Moment noch auf dem Account habe. Auf dem einen sind es jetzt nach der Woche 6,3 Millionen, auf dem anderen 26,5, sind zusammen 32, fast 33 Millionen Gold. Heißt, wir haben einen Minus von knappen 8, ein bisschen über 8 Millionen investiert. Ist jetzt tatsächlich nicht so viel, liegt aber auch hauptsächlich daran, dass Mattpreise runtergegangen sind. Ich kann euch mal eins zeigen. Unter anderem ist der Hornbike ganz gut eingesackt. Vor einer Woche war der Hornbike noch um die 1.100, 1.200, 1.300, irgendwie sowas. Der ist jetzt die Woche steil runtergegangen. Ich habe teilweise am Tag 2.000 Hornbike gekauft. Also ich habe wirklich einiges aufgekauft, aber der ist richtig eingebrochen. Ich weiß nicht, warum es auf einmal so ist. Auf Antonidas war er jetzt sehr lang, sehr stabil. Der ist runtergegangen von, ich glaube am Anfang vom L&2, 5, 2K, langsam runter auf 1.000 Gold. Dann ist er wieder hochgegangen auf 1.200, 1.300, 1.400. Und da hat er sich jetzt sehr lang gehalten und jetzt auf einmal stürzt das Ding einfach nur noch ab, nur noch runter. Was gut für mich ist, weil dann die Mattkosten günstiger wären. Aber ich habe auch gemerkt, dass einige Legendaries jetzt ziemlich gedumpt werden. Und ich habe ja noch viele hergestellt zu den teureren Mattpreisen, was natürlich jetzt nicht so gut für mich ist. Also so ein schneller, drastischer Preisfall ist nicht so gut, wenn man vorher schon viel hergestellt hatte. Weil, ja, wenn dann natürlich die Kosten sich halbieren, werden die Preise von den Sachen auch günstiger. Und dann hat man natürlich bei einigen draufgezahlt. Heißt, man muss schnell rausverkaufen, dass das alte los wird, bevor da die Preise zu weit unten sind. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal rein, was wir im Postkasten haben. Auf meinem Main bin ich ja so ein bisschen die blauen Sachen am Verkaufen. Da seht ihr, haben wir 130 Verkäufe von den 168er Items. Das ist nicht sonderlich viel. 160 zeigt er mir jetzt hier an. Das können wir jetzt schon mal rausnehmen, das Gold. Und dann auch gleich mal auf meinem Twink gucken. Da haben wir nämlich das große Gold drin. Mit dem verkaufe ich nämlich die Legendaries. Ich habe ja hier auch noch so ein paar Matts dabei. Ich versuche jetzt das meiste auf einen anderen Twink zu schicken. dass es mir hier den Postkasten nicht so zumüllt. Aber ein paar Sachen habe ich hier auch gleich vertickt, dass ich sie weg habe, um einfach das Inventar ein bisschen freier zu kriegen. Ich habe da nämlich bei meinem Soulbind-Skill quasi so einen Teil mitgenommen, dass ich immer so ein Säckchen kriege. Und dann kriege ich ständig irgendwie so Handelsmaterialien, die man für alle möglichen Berufe braucht. Und die müllen einem schon ein bisschen das Inventar voll. Gut, jetzt haben wir hier rausgezogen. Schauen wir mal, 244k ist jetzt nicht sonderlich viel, aber immer noch ein kleiner Betrag, den man mitnehmen kann. Der große Betrag müsste jetzt hier bei dem Twink mit drin sein. Und zwar bin ich ja da die Legendaries am Verkaufen. Der hat jetzt hier 343 Items verkauft. Das ist etwa das, was wir das letzte Mal auch hatten, so um die 300 Items. Ein paar sind jetzt hier auch noch in der Mache, die dann auch bald noch kommen. Die nehmen wir dann aber nächste Woche mit rein. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal hier die ganzen Items, was da so drin ist. Also das ist halt querbeet von Items, die jetzt mal bei 70k sind, 15k, 9k, 30k. Das sind halt alle möglichen Legendaries, sowohl Stoff, Leder, Kette als auch Platten-Items. Ich würde sagen, da fangen wir mal an, die rauszunehmen. Startgold ist okay, passt. Müssen wir nicht resetten. Nehmen wir das mal alles raus. Mal gucken, was auf den anderen Seiten ist. Wir müssen halt die knappen 8 Millionen gut machen und alles drüber ist quasi dann Gewinn. Also da schauen wir mal. Ich habe aber ein ganz gutes Gefühl, diese Woche hatten wir tatsächlich echt nicht so viel investiert. Ich glaube, letzte Woche waren es 14 Millionen, die wir investiert hatten. Die Woche 8 Millionen. Ähnlich viele Verkäufe. Klar, der Overall-Preis ist ein bisschen runtergegangen. Ihr habt jetzt gerade gesehen, auf der ersten Seite waren es jetzt nur 3 Millionen, sonst sind es so 3, 4 rum. Also man merkt schon, pro Seite werden halt die Beträge ein bisschen niedriger. Aber ich denke trotzdem, dass wir im Plus-Bereich sind und zwar vielleicht sogar besser als letzte Woche. Letzte Woche war nämlich eine sehr schlechte Woche und ich habe die Hoffnung, dass die Woche wieder ein bisschen mehr ist. Gut über 2 Millionen in der Woche für ein bisschen Auktionshausgeschäfte ist auch okay und ich bin ja jetzt auch schon lange nicht mehr so dabei, dass ich alle 5 Minuten reposte, sondern immer, wenn ich mit dem Twink Online bin, ab und an mal einen Repost mache. Also wenn man da aktiver wäre, könnte man wahrscheinlich auch nochmal mehr rausziehen. So, jetzt sind wir hier einmal am Cap. Jetzt muss ich Gold umlagern. 5 Millionen haben wir jetzt hier schon rausgezogen. Jetzt gucke ich mal schnell, wie viel ich auf dem Main zwischenlagern kann. Ich könnte 4,5 Millionen rüber schicken. Das machen wir jetzt mal ganz schnell, dass wir hier wieder ein bisschen Platz haben. Also, 4,5 Millionen Tela, dass wir nicht an den Falschen schicken. Und dann können wir jetzt hier weiter rausnehmen. Hier sind nochmal 3 Millionen jetzt auf der Liste. 5 haben wir schon rausgenommen, plus 3, ne? 6, 7, 8. Und dann haben wir noch ein paar drin. Ja, ein bisschen... Na ja, wohl, so viel Plus ist es gar nicht. Wenn ich jetzt überlege... Hm... Vielleicht ist es doch nicht so nice. Mal gucken. Ich habe die Hoffnung, dass wir zumindest 2 Millionen plus machen. Aber wenn ich das so sehe, dann schmilzt meine Hoffnung leider gerade ein bisschen. Oh weia, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Woche gewesen. So, wir nehmen jetzt aber erstmal hier noch kurz das Gold raus. Einmal das rausnehmen, dass wir hier wieder... Hallo? Okay, will er nicht? Gold kaputt. Ach, ich bin vollidiot, ne? Ach, wie mache ich das jetzt? Kann ich das Gold nicht rausnehmen? Ach, ich hätte 3,5 Millionen schicken sollen, nicht 4,5 Millionen. Ach. Hm, ja... Das müssen wir jetzt nochmal irgendwo anders zwischenlagern. Das ist das Problem mit Gold cap, ne? Hier haben wir jetzt auch nochmal cap. Ähm, dann schicke ich jetzt... Das... Achso, der Männchen, der hat auch nochmal... 1000 habe ich hier noch. Ja, wie machen wir das jetzt? Dann schicken wir... Einem... Oder schicken wir mal 900k. Schicke ich jetzt zum... Täler rüber. 900.000. Jetzt wird es kompliziert mit dem Gold, ne? Aber sonst sehe ich am Ende nicht genau, wie viel ich habe. Ich muss jetzt mal alles rausnehmen. Ne, das sind 9 Millionen, das wollen wir nicht. 900.000 schicken wir jetzt hier rüber. Dann können wir nämlich das restliche Zeug hier einmal rausnehmen. Da sind jetzt noch ein paar Kleinbeträge drin. Das sind jetzt nochmal knapp 800.000, die wir hier drin haben. Müssen wir auch wieder fast am Cap sein, genau. 9.929.000, okay. Jetzt muss ich bloß ein bisschen hin und her locken, dass wir das Ganze rausnehmen können. Ich habe ein paar Chars, wo ich halt zwischenlagere, ne? Und da muss ich jetzt mal kurz hin und her locken. Also jetzt haben wir erstmal auf dem noch was geschickt. Das ist mein Night Feature. Und dann muss ich jetzt noch eine Million hier wegschicken. Und die schicken wir jetzt an den Mention, dass ich das Gold rausnehmen kann. Ja, mit großen Summen muss man auch umgehen können und richtig rechnen. Das haben wir jetzt gerade ein bisschen verkackt. So, dann schicken wir eine Million hier nochmal hin. Nehmen das raus, dann sind wir hier auch bei 9,920. Haben wir hier nur 80k frei quasi. und können das eventuell dann gleich schon mal eintragen. Und zwar hier in mein Sheet. Moment, das ziehe ich jetzt mal kurz rüber. Wie viel haben wir jetzt hier? 131.000, dass wir da den Betrag schon mal drin haben. Und jetzt ist dann halt interessant, wie viel wir quasi dann zusammenkriegen, wenn ich jetzt auf den Twinks dann auch das ein oder andere rüber schicke. Okay, ich habe aber auch noch, das kann ich euch mal hier zeigen, auf der Bank einige Matts. Beziehungsweise man sieht es vielleicht besser, wenn ich hier gucke. Also ich habe noch einiges an verzauberten Hornbalk und schweren Hornbalk. Das sind wahrscheinlich auch nochmal so 500.000, 600.000 an Mattskosten. Normalerweise brauche ich vorher immer alles auf, bevor ich die Aufnahme mache. Das mache ich jetzt einfach danach und gut ist. Jetzt nehmen wir aber hier das mal noch raus. Dass wir den Betrag auch schon mal haben. Oh, schon mal hier haben wir noch ein paar Runen. Ich war ein bisschen im LFR. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, den ich dem einen oder anderen geben kann. Ah ja, hier haben wir jetzt auch noch so kleinen Zeugel. Mit dem verkaufe ich auch noch ein bisschen Transmog und anderen Gedöns. Aber das nehmen wir jetzt nicht alles raus. Da wäre jetzt auch nochmal 2000 irgendwas Gold drin. Oh, aber jetzt kann ich das gar nicht mehr rausnehmen. Das war jetzt vielleicht doch nicht so clever. Äh, Moment. Schicke ich vielleicht jetzt nochmal 100k an den anderen Char? Sonst kann ich hier das Gold auch nicht mehr rausnehmen, weil mit dem bin ich auch am Cap. Dann schicke ich 100k noch an den Männchen rüber. Das müsste eigentlich gehen. Dass ich hier die, den kleinen Krimskrams dann immer noch rausnehmen kann. Weil es ist nichts nerviger, wenn du am Cap bist und dann das nicht mehr aus dem Postkasten rausnehmen kannst. Ne, aber was ich sagen wollte, was ich empfehlen kann. Ähm, ich habe ja lauter Tank-Jars und ich wollte im LFR mir ein bisschen das Transmog farmen für das Set. Ne, da gibt es halt auch ein Achievement. Und, ähm, wenn du das Tank-Tag reinqueuehst, kriegst du immer so einen Beutel. Da sind immer 3, 4 von den Runen drin. Und die Runen sind halt, hier auf Antonina ist so 800, 900 Gold wert, ne. Schwankt halt so ein bisschen. Und dann habe ich nochmal für das Abschließen vom LFR nochmal 1000 Gold irgendwie gekriegt. Also das sind so 3, 4, 5000 Gold, dass ich halt ein LFR-Teil mache. Und das ist eigentlich schon ganz okay, ne. Ich würde es jetzt nicht zum Goldfarmen benutzen, weil ich da andere Mittel habe. Aber da ich es eh machen muss für das Transmog, ist es eine ganz feine Angelegenheit. Also vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, hey, ich muss eh noch den einen oder anderen Twink gieren. Ich habe zufällig einen Tank am Start. Äh, da kann man noch ein bisschen was an Gold tatsächlich mitnehmen. So, jetzt locken wir nochmal auf den Hexer ein. Nehmen da das Gold noch raus. Und dann sehen wir schlussendlich, wie viel ich wirklich, ähm, Plus gemacht habe. Das ist ein bisschen blöd. Da muss ich halt immer alles, äh, hin und her verschieben. Äh, wir haben jetzt einmal hier die Millionen. Und dann hier nochmal die 100.000. Jetzt ist der auch fast am Cap. Also wir müssen auf jeden Fall Plus gemacht haben, weil sonst hätte ich nicht so viel Gold hin und her schieben müssen. Ähm, das sind jetzt 33.743.000. Und, ja, ich, äh, habe Plus gemacht. Und ich habe nochmal Plus gemacht. Und zwar 2,6 Millionen haben wir nochmal Plus gemacht. Jetzt sind wir auf 43 Millionen Gold. Ähm, ja, man merkt es halt jetzt, ne. Ist so ein bisschen die Luft ist raus. Die großen Gewinne, wie jetzt die Wochen davor, habe ich leider jetzt nicht mehr. Aber, ähm, 2 Millionen in der Woche mitnehmen, ist doch trotzdem nicht schlecht, ne. Mein Ziel ist, ist ja auf 50 Millionen zu kommen. Und, da werden wir uns jetzt langsam hinhaben. Das wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen länger dauern, als ich das gedacht habe. Aber, ja, für den Aufwand ist es okay. Kleine Info am Rande. Ich habe vor, dieses, ähm, Format mit dem, ähm, Goldtagebuch jetzt nicht mehr wöchentlich zu machen, sondern nur noch zwei wöchentlich, weil sich jetzt im Moment nicht so viel ändert, tatsächlich. Dementsprechend alle zwei Wochen ab sofort das Format, wie ich es auch schon dann am Ende in BFA gemacht habe. Ähm, dennoch habe ich jetzt vor, meine, äh, Twinks mal langsam anzugehen mit den anderen Berufen und da vielleicht nochmal was zu machen, um da noch ein bisschen mehr an Gold rauszuziehen. Aber, das werden wir dann gucken. Vielleicht bringen die anderen Berufe auch alles nichts. Äh, das muss ich jetzt gucken. Aber gut. Das war's dann soweit, ähm, für die Woche, wie gesagt. Die nächste Episode erst in zwei Wochen wieder. Und dann sind wahrscheinlich die Zahlen auch besser, weil wenn man zwei Wochen abdeckt, werden automatisch die Zahlen besser. Okay, gut. Dann würde ich sagen, äh, verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Euer Tila. Bis dann. Ciao.